Endlich ist es wieder soweit, endlich ist mal wieder Blu-Ray-Shopping-Zeit und zwar ohne einen Termin und ohne negativen Corona-Test geht es rein in den Saturn, aber auch ohne irgendwie neue Filme im Regal. Schuld daran ist wohl die Pandemie, wenn man sich die Rückseite anguckt, dann sowas hole ich mir nicht ins Haus, das spielt sich ja direkt vor der Haustür ab. Gucken wir mal, was es so weiter hier gab und zwar Disney's Mulan, der liegt ja schon seit Wochen und Monaten aus, wenigstens mal ein bisschen was Neues mit Raya und der letzte Drache. Echt schade, dass wir in Deutschland nicht in den Genuss eines Steelbooks gekommen sind, aber da gab es ja die günstige Alternative von CD im Ausland. Nee, an Hinge, da lassen wir lieber die Finger davon, den habe ich ja zuletzt angeguckt und hier sehen wir das bei den Blu-Ray-Neuheiten in Anführungsstrichen. Lauter alte Sachen, immer noch Flacken, Jojo Rabbit 1499, den mag ich mir in die Sammlung holen, aber da warte ich noch ein bisschen, da eilt es mir nicht so sehr. James Bond gehört ja jetzt mittlerweile zu Amazon, wie wir wissen nach der Übernahme von MGM und wer mal einen lustigen Sommerfilm sehen möchte, der guckt sich Türkisch für Anfänger an. Ja, Thor passt perfekt zur Europameisterschaft, Türkei ist dabei, aber natürlich auch wir mit Manuel Neuer, der gewinnt hoffentlich den goldenen Handschuh. Wow, jetzt wird es aber heftig mit den Wortspielen, Baywatch geht eigentlich immer, es kommt ja wieder die Sixpack-Badezeit, aber ich glaube, den meisten geht es wie mir, dass sie sich ein bisschen ham gehen lassen während der Corona-Phase. Also da ist es noch ein bisschen weit mit dem Sixpack, außer man geht zum Kühlschrank, Iron Mask haben wir dann noch hier, allerdings nur noch die DVD, da kam ja die Blu-Ray raus und auch das Mediabook. Und dann haben wir noch Willis Wonderland in der Fan-Edition, hier mit zehn Karten dazu, auch den habe ich euch bereits präsentiert auf meinem Kanal im Mediabook Plus Review. Dann haben wir noch Soul hier von Disney, aber das ist eigentlich auch ein alter Hut, genauso wie die meisten Filme, wenn man sich denn in der normalen Blu-Ray-Abteilung dann noch ein bisschen umsieht. Mit Ninja, die Killermaschine mit Franco Nero, haben wir dann noch hier, ja, das sieht man auch jetzt eher noch selten, dieses Mediabook, was man öfters sieht, ist Tanz der Teufel 2, Wahnsinn, 1499 im Steelbook. Und Top Gun, guckt mal hier, nicht das 4K-Steelbook, aber die 2D-Variante tut es ja eigentlich auch für Freunde des Films. Ihr seht es, kaum irgendwas Neues, The Seven Day hatte ich jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal in die Kamera gehalten bei den letzten Blu-Ray-Shopping-Touren. Interessiert mich sehr, aber da warte ich, bis ich den einfach mal günstig streamen kann. Metro, ich weiß nicht, kennt ihr eigentlich noch Metro mit Eddie Murphy, das ist mal ein richtig geiler Streifen, den kann ich jeden von euch nur empfehlen. Genauso wie grüne Diamanten oder auf der Jagd nach den grünen Diamanten, da gibt es auch noch einen zweiten Teil auf Blu-Ray, der ist allerdings out of print, wäre mal schön, wenn sie den mal wieder neu auflegen würden. Auf die Bäume, ihr Affen, der Urwald wird gefickt. Ja, ein Film mit John Candy, als die Welt eigentlich noch relativ in Ordnung war. Ja, dann gucken wir mal auf die Sondereditionenabteilung. Indiana Jones kommt ja jetzt dann in den 4K-Steelbooks raus oder in den Digipacks. Und Stichwort Sondereditionen haben wir hier noch zurück in die Zukunft im Mediabook, in diesem Dreier-Box-Set für 99,99 Euro. Und direkt daneben hast du dieselben Filme dann für 17,99 Euro auf Blu-Ray. Und Baywatch, wie gesagt, die Zeit kommt ja jetzt wieder und geht eigentlich immer. Ja, ein glückliches Gesicht, das sieht eigentlich anders aus, raus ohne Applaus, aber gut, da musste ich mir was anderes überlegen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann gehst du halt einfach zu Müller und zwar zu einem Müller mit einer richtig geilen Multimedia-Abteilung. Welche ist das bei uns in Augsburg? Korrekt, das ist der Müller am Bahnhof. Und da haben wir vorne wieder die 3-4-2-Abteilung. Ich bin jetzt so ein bisschen wegen dem Wetter und dem morgigen Highlight der Woche am Meer auf so Sommerfilme, Wasserfilme, Meerfilme und so weiter und sofort angehaucht. Und natürlich habe ich mir da den einen oder anderen nochmal näher angesehen. Fantasy Island habe ich schon angesehen und den kann ich definitiv nicht weiterempfehlen. Also lassen wir das Ganze mal. Im Sommer gucke ich mir persönlich immer gerne Pirates of the Caribbean an, Fluch der Karibik. Die gehen ja immer, passen auch immer super zum Wetter. Hier haben wir dann noch einen neueren Film. Blöd, wenn man hier das Label genau auf den Titel draufhaut. Genauso blöd, wie wenn man hier einen Schuber hat, der richtig cool ist. Silber, Into the Blue, absolut toller Sommerstreifen hier. Aber du hast das FSK-Logo hier drauf und das Preisetikett drauf, während die Amaray drunter mit Folie geschützt ist. Also muss man nicht verstehen. Dann haben wir noch Mac. Von Mac soll ja ein zweiter Teil rauskommen. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich fand den ersten Teil richtig trashig, aber sehr unterhaltsam. Deswegen, ja, ich denke mal so viel zwischendurch kann man sich Mac 2 bestimmt auch mal geben. Shorter ist ein Cop-Thriller aus Dänemark für alle Freunde von Training Day und auch End of Watch, wie wir auf der Rückseite lesen können. Daneben haben wir dann noch einen Film, der fällt bei mir durch, alleine schon wegen Jason Clarke. Denn von dem Schauspieler bekomme ich immer Durchfall, wenn ich Wortspiele mal wieder. Aber nee, das lassen wir mal lieber bleiben. Search and Destroy haben wir dann noch hier. Der sieht eigentlich nach einem richtig soliden Action-Thriller aus und kann man sich bestimmt mal geben. Survive the Night mit Bruce Willis weiß ich nicht so. Seine letzten Filme haben mir wirklich absolut gar nicht mehr getaugt. Tomb Raider haben wir dann auch hier in der Doppelt-Edition. Doppelt-T, wenn wir hier noch Angelina Jolie sehen. Die hat ja zuletzt auch, da wurden ja zuletzt auch die Media-Books rausgebracht mit 1, 2 und im Doppelpack. Und Tunnel ist hier so ein Film, der interessiert mich wirklich sehr. Nummer 1-Hit aus Korea ist ein bisschen sowas wie Daylight, aber könnte echt mega spannend sein. Und dann haben wir noch was zum Thema Godzilla. Da guckt ihr aber am besten bei meinem Freund, den Kurt-Godzilla-Fan 1990 vorbei. Vielleicht präsentiert er euch diese Edition, aber wenn nicht, dann bestimmt noch viele, viele andere zum Thema Godzilla. Dann haben wir noch die Vögel hier in der 4K Ultra HD Steelbook-Variante. Die ist ja auch jetzt erst brandneu erschienen. Und wenn wir schon von brandneu sprechen, dann dachte ich mir, hey, vielleicht war ja Backdraft hier auch im 4K Ultra HD Steelbook dabei. Aber leider nicht. Ich fand nur Bad Boys 2 zum Beispiel für 12,99 Euro. Da hat ja Amazon auch aktuell die Preise für 4K Ultra HD. Blu-ray sozusagen reduziert. Baby Driver auch hier und Arrival scheint wohl ein Konter zu sein auf diese Aktion vom Müller. Thema Sommer, Thema Haie. Sharknado hier in der 6-Filme-Edition. Turbine Steel Collection SD on Blu-ray. Ich weiß nicht, ob man die Filme unbedingt in HD braucht. Da sieht man die schlechten Effekte wahrscheinlich noch besser. Außerdem gab es doch noch meinen in 3D, meine ich. Also das muss es, glaube ich, auch nicht unbedingt sein. Django haben wir da noch hier. Sein Gesangsbuch war der Colt. Sein Gesangsbuch war der Colt. Mit Franco Nero hatte ich jetzt auch das allererste Mal, glaube ich, hier in den Händen. Genauso wie keine Gnade für Ul Zahner. Und hier haben wir noch Young Guns 1 im Media Book. Davon ist ja zuletzt der zweite Teil erschienen von NSM Records. Beide Teile passen super zusammen. Nevada Joe sieht nicht schlecht aus. Also wie es gedruckt ist von den Farben her und so. Aber das Cover-Motiv gefiel mir nicht sehr gut. Das Objekt meiner Begierde war eigentlich hier Memoir of a Murder. Da wollte ich unbedingt das Media Book haben. Und siehe da, wenn man genauer hinguckt, dann hatten sie es sogar auch im Laden. Also ich sage es ja, der Müller am Augsburger Bahnhof ist einfach der beste Laden. Und dieser Film kam dann direkt, das kann ich jetzt auch ohne Spoiler oder zu Spoilern sagen, in meinen Warenkorb rein. Dann hat man noch die Supernasen. Selbstverständlich habe ich mich ja noch ein bisschen bei der Aktionsabteilung umgesehen. Und da hat man Tanz der Teufel dann für 4,99. Wenn man 5 DVDs findet, dann kommt man sogar auf 4 Euro. Und da gibt es ja einige Leute, die immer sagen, ich kann das nicht mit ansehen, dass solche Klassiker verramscht werden. Aber ich finde nicht, dass die irgendwie verramscht werden oder so. Der Preis hat ja nichts mit der Qualität von dem Film zu tun. Spiel ohne Regeln ist noch so ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, jawohl, der Film taugt auf jeden Fall. Und ob The Great White etwas taugt, ja, das meine lieben Freunde, das werdet ihr morgen im Highlight der Woche sehen. Also falls ihr interessiert seid, dann schaltet mal wieder ein in den Wochenvlog. Lohnt sich bestimmt für den einen oder anderen. Das heutige Video wird nochmal extra unterstützt von den Kanalmitgliedern Marvin Mildkau, Movie Lou, Jackie Strange, Special Freak, Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser und Movie Riese. Der Film Flow, Stanleys Filmzimmer, Jürgen B., Ronny Kaiser, Jürgen B., Ronny Kaiser, Jürgen B.